ja herzlich willkommen zurück zu programmier paradigmen das ist das modul control abstraction in dem es fünf teile geben wird und wir sind jetzt gerade im ersten teil vielleicht erkläre ich erst mal kurz was control abstraction überhaupt ist und um das zu verstehen kann man es am besten mit data abstraction vergleichen also bei control abstraction und data abstraction geht es darum etwas das in einer programmiersprache beschrieben wird oder etwas das in einem programm passiert zu abstrahieren und zwar sind es zwei verschiedene dinge also bei control abstraction geht es darum eine bestimmte operation also eine sequenz von verhalten zu abstrahieren und zum beispiel verwendet man dafür subroutine oder funktionen oder exception händler oder events und wir werden all diese konstrukte hier in der vorlesung kennenlernen im gegensatz dazu geht es bei data abstraction darum zu abstrahieren wie bestimmte informationen repräsentiert wird also da geht es um dinge wie datentypen oder klassen sachen die wir ja schon in vergangenen vorlesungen gesehen haben was wir hier jetzt machen werden ist also uns um mit control abstraction näher zu beschäftigen und zwar in dieser und der nächsten vorlesung bzw in den fünf vorlesungsteilen die jetzt kommen so hier ist erstmal ein kleiner überblick was wir in den fünf teilen machen wollen also jetzt in dem ersten teil diesem video hier geht es um calling sequences also der frage was passiert überhaupt wenn eine funktion oder subroutine aufgerufen wird und was genau passiert da in der implementierung der programmiersprache anschließend wird es dann im zweiten teil um parameter passing gehen also der frage wie genau parameter überhaupt übergeben werden und welche informationen von der aufgerufenen funktion oder subroutine auch wieder zurückgegeben werden anschließend geht es im dritten teil um exceptions wie man die werfen kann wann die überhaupt geworfen werden und wie die auch behandelt werden und wir werden sehen wie verschiedene programmiersprachen das ganze lösen dann im vierten teil geht es um coroutine das ist ein konstrukt was der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen hat aber vermutlich nicht jeder das ist so was ähnliches wie parallelität und wir werden sehen wie genau das funktioniert und schlussendlich geht es im fünften teil dann um events was auch ganz interessantes konstrukt ist denn es existiert sowohl auf betriebssystem ebene als auch in programmiersprachen und wir werden uns das dann im fünften teil genauer anschauen hier in dem ersten teil soll es nun also um calling sequences gehen und bevor wir damit wirklich einsteigen vielleicht erst mal ein kleines bisschen terminologie also ein begriff den ich hier häufig verwenden werde ist der einer subroutine und was das im prinzip ist ist einfach nur ein mechanismus oder vielleicht sogar der mechanismus für control abstraction es gibt zwei arten von subroutine nämlich zum einen funktionen und zum anderen prozeduren diese drei begriffe werden manchmal auch ein bisschen miteinander vermengt aber die genaue bedeutung ist eigentlich dass eine funktion eine subroutine ist die einen wert zurückgibt also die ein return value hat wohingegen eine prozedur eine subroutine ist die eben keinen wert zurück gibt sondern nur etwas macht aber schlussendlich keinen wert zurück gibt diese subroutinen nehmen in der regel parameter entgegen und da unterscheidet man zwischen zwei begriffen nämlich zum einen die sogenannten actual parameters oder oft auch argumente genannt und das sind die daten die der aufrufende code in die subroutine reingibt also wenn ich jetzt zum beispiel eine subroutine oder eine funktion aufrufe und da etwas übergebe dann sind das die argumente oder die sogenannten actual parameters und im gegensatz dazu sind die formal parameters das ist nämlich genau das gegenstück das ist das was man dann in der subroutine selbst sieht also das sind die daten die von dem aufgerufenen code dann entgegen genommen werden also der der das argument wird übergeben und erscheint dann als formel parameter in der subroutine wenn so eine subroutine aufgerufen wird passieren eine ganze reihe von dingen und diese dinge die da passieren die nennt man calling sequences also calling sequences sind im prinzip all der code der ausgeführt wird um den call stack in der richtigen form zu behalten und um sicherzustellen dass die argumente schlussendlich als formale parameter ankommen und alles was zurückgegeben werden werden soll dann auch wieder zum aufrufenden code zurückkommt das was da passiert kann man im prinzip in vier phasen aufteilen und zum und das sind diese vier sachen die wir hier sehen also zum ersten gibt es bestimmten code ausgeführt wird bevor die subroutine überhaupt aufgerufen wird und zwar noch auf der seite des aufrufenden codes anschließend gibt es etwas was passiert innerhalb der aufgerufenen subroutine und zwar bevor der eigentliche code dieser subroutine ausgeführt wird und das nennt man den prolog anschließend führt diese protein das aus was sie eben macht also sozusagen der body der funktion oder der prozedur und am ende bevor die subroutine dann wirklich zurückkehrt passiert auch wieder was und das ist der sogenannte epilogue und dann schlussendlich wenn der kontrollfluss wieder zurückgekehrt ist zum aufrufenden code muss auch noch ein bisschen was passieren und das räumt sozusagen den call stack wieder auf und bringt ihn dann in den zustand in dem er war bevor wir diese proteine aufgerufen haben jetzt könnte man fragen ja warum ist das überhaupt wichtig weil ich kann ja einfach die funktion aufrufen und es hat bis jetzt auch alles funktioniert ohne dass ich vielleicht wusste was da eigentlich passiert aber es ist ganz gut zu wissen was auf dem level der implementierung der programmiersprache da tatsächlich vor sich geht und zwar aus einer ganzen reihe von gründen das eine ist performance also wenn ich weiß was eigentlich alles passiert wenn ich eine funktion aufrufe dann überlege ich mir vielleicht manchmal auch ob es denn wirklich nötig ist eine funktion aufzurufen oder wie ich vielleicht dafür sorgen kann dass in der eigentlichen ausführung des programms das was ich als funktion beschreibe dann doch nicht immer diesen ganzen code den wir jetzt gleich sehen werden ausführt ein anderer punkt ist die sicherheit des programms also es gibt eine ganze reihe von angriffen die ausnutzt wie genau function stacks im speicher repräsentiert werden und was alles passiert wenn ich eine funktion aufrufe und wenn ich dann wieder zurückkehrt und wir werden eine dieser möglichen angriffe die es da gibt nämlich stack smashing attacks ein bisschen genauer anschauen und um die zu verstehen muss man natürlich erst mal verstehen was überhaupt passiert wenn so eine funktion aufgerufen wird und schlussendlich ist alles natürlich interessant auch für compiler also wenn jemand mal ein compiler selbst implementiert oder in irgendeiner form daran beteiligt ist dann muss man verstehen was passiert wenn diese subproteine aufgerufen werden und selbst wenn man das vielleicht nie selbst macht ist es interessant das zu verstehen denn man benutzt der compiler ständig und will natürlich auch ein bisschen wissen was die eigentlich genau machen wenn funktionen ausgeführt werden dann speichern die ihre lokalen informationen auf dem function stack und in diesem function stack gibt es für jede funktion einen sogenannten stack frame oder auch activation record das haben wir in einer der vorigen vorlesungen schon gesehen also das ist im prinzip hier erstmal nur noch mal eine kurze wiederholung also wir haben diesen stack und auf dem stack gibt es für jede ausgeführte funktion die aktuell gerade ausgeführt wird oder vielleicht auf dem stack ist weil sie eine andere funktion aufgerufen hat jeweils so ein stack frame innerhalb dieses stacks gibt es dann zwei wichtige pointer und zwar zum einen den sogenannten frame pointer und zum anderen den sogenannten stack pointer was der frame pointer macht ist dass der immer auf den anfang des aktuellen stack frames zeigt also der aktuelle stack frame ist der der zu der funktion gehört in der ich mich gerade befinde und die adresse wo dieser stack frame losgeht das ist wo der frame pointer hin zeigt also der sagt mir sozusagen wo geht das stück speicher los das für die aktuell ausgeführte funktion relevant ist der andere wichtige pointer ist der sogenannte stack pointer und was der macht ist der zeigt nicht auf den anfang des aktuellen stack frames sondern irgendwo mitten rein beziehungsweise genauer gesagt dahin wo das nächste stück freier speicher ist also das zeigt auf eine adresse wo wenn ich jetzt neuen speicher innerhalb der aktuellen funktion brauche zum beispiel weil ich da speicher alliziere der dann in der lokalen variable gespeichert wird dann wird das dahin geschrieben wo der stack pointer aktuell hin zeigt und das ist immer die stelle wo als nächstes wieder platz ist es gibt manchmal auch eine andere konvention wo der stack pointer auf den auf den letzten verwendeten stück speicher zeigt also auf die adresse wo wo ich gerade eben nicht mehr hinschreiben soll und in dem fall würde man dann einfach diese adresse noch plus 1 rechnen und käme dann bei der adresse raus wo platz ist für das nächste was gespeichert werden soll schauen wir uns zur verdeutlichen mal ein beispiel dafür an wie dieser stack frame oder dieser diese function stack aussieht also was wir hier sehen werden ist dann das sogenannte function stack layout es gibt auf diesem function stack der wie gesagt für jede ausgeführte funktion einen stack frame also ein stück speicher was für diese eine funktions ausführung verantwortlich ist und wenn wir jetzt zum beispiel eine situation haben wo eine funktion eine andere aufruft dann haben wir also irgendwo den frame für die aufrufende funktion sagt man mal das ist das hier unten also das ist sozusagen der stack frame der gerade eben aktiv war jetzt aber eine andere funktion aufgerufen hat und wenn wir davon ausgehen dass unser stack in diese richtung wächst also nach oben dann bedeutet das wenn wir eine andere funktion aufrufen wird also sozusagen hier oben drauf dann ein weiteres stack frame gepackt der dann für die jetzt aktuelle funktion verantwortlich ist in den meisten fällen ist diese richtung in die das ganze wächst richtung kleinere adressen also quasi umgedreht als wie man das vielleicht erwarten würde im prinzip ist das einfach nur eine konvention und ist einfach wichtig zu wissen in welche richtung das üblicherweise wächst nämlich zu den kleineren adressen hin so wenn das jetzt der aktuelle frame ist hier oben dann haben wir am anfang dieses aktuellen frames den frame pointer genauer gesagt wie wir gleich sehen werden ist hier noch ein bisschen was dazwischen und der anfang ist sozusagen ein bisschen weiter hoch geschoben und dann haben wir in diesem stack die ganzen variablen die es innerhalb dieser funktion gibt und auch noch ein paar andere sachen und da wo wir jetzt die nächste variable die wir vielleicht bräuchten oder dynamisch alloziierten speicher hinpacken würden da haben wir dann diesen zweiten pointer nämlich den stack pointer so jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an was denn eigentlich passiert wenn eine funktion eine andere aufruft und die aufgerufene funktion dann irgendwann zurückkehrt also das sind im prinzip fünf aufgaben die da erledigt werden müssen und die sind hier mal aufgelistet also das erste vielleicht offensichtlichste ist dass man die parameter natürlich übergeben muss an die aufgerufene funktion und dass wenn das eine funktion ist und nicht nur eine prozedur der rückgabe wert dann schlussendlich auch zurückgegeben werden muss die zweite aufgabe ist den sogenannten program counter zu aktualisieren ich nehme an sie haben das in irgendeiner anderen veranstaltung schon mal gehört aber kurz zur erinnerung der program counter ist einfach nur eine adresse die angibt welchen code wir gerade ausführen und wenn ich jetzt in eine andere funktion reinspringe muss ich natürlich dann auch den code dieser funktion anschließend ausführen und das mache ich indem ich den program counter entsprechend auf den anfang dieser aufgerufenen funktion setze setze die der dritte punkt ist dass ich mir merken muss wo es danach weitergehen soll also dass ich sozusagen die die adresse wo der code wieder hin zurückspringen soll wenn die aufgerufene funktion dann irgendwann zu ende ist dass die muss ich speichern denn ansonsten wüsste ich ja nicht wo es anschließend weitergeht ansonsten führe ich meine funktion aus kommen dann irgendwann zu dem stück code das dem return statement zum beispiel entspricht und weiß dann nicht wo es weitergeht also irgendwo muss ich mir die return address speichern so dass das programm dann weiß wo es anschließend weitergeht der vierte punkt ist dass ich alle register speichern und schlussendlich auch wieder herstellen muss kleine erinnerung hier also die register ist einfach nur relativ kleine speichereinheiten die es auf so einer cpu gibt die sehr sehr schnell sind weil sie eben direkt auf der cpu sind noch schneller als der als der ram zum beispiel und wo bestimmte sachen natürlich dann immer drin gespeichert werden weil dieser speicher ebenso so nah dran ist und deswegen so schnell ist und das problem ist jetzt aber dass das natürlich sehr eingeschränkt ist also ich habe nur wenige register und wenn ich eine neue funktion aufrufe dann möchte die bestimmte register natürlich selbst verwenden das heißt die aufrufende funktion muss ihre registerwerte erstmal irgendwo abspeichern und wenn die aufgerufene funktion dann zurückkehrt diese registerwerte wieder herstellen so dass die funktion die aufgerufen hat wieder in dem urzustand ist und dann der fünfte punkt hier ist dass ich natürlich diese beiden pointer den stack pointer und den frame pointer aktualisieren muss denn sonst weiß ich natürlich nicht wo ich in meinem stack frame überhaupt bin die interessante frage ist jetzt wo macht man das alles denn es gibt im prinzip zwei optionen das kann entweder alles in dem caller also in der aufrufenden funktion geschehen oder das kann auch könnte auch alles im callee also der aufgerufenen funktion passieren wie man das jetzt genau macht hängt ein bisschen auch vom compiler ab aber in den meisten fällen will man eigentlich so viel wie es geht in den callee reinschieben und zwar aus dem ganz einfachen grund dass man dann den code der für diese ganzen aufgaben verantwortlich ist eben nur einmal in jeder subroutine drin haben muss und dann wird automatisch wenn dieser aufgerufen wird dieser code ausgeführt wenn man das ganze im callee machen würde müsste man an jedem funktionsaufruf einzeln diesen code einfügen und das würde einfach die ja das programm größer machen als es vielleicht sein muss also wir hätten quasi größere binaries die dann irgendwo auf der flestflestplatte rumliegen und natürlich auch mal in den speicher geladen werden müssen so jetzt haben wir gesehen was da alles passieren muss und was wir jetzt machen werden ist uns mal eine typische calling sequence anzuschauen also eine typische implementierung wie diese aufgaben jetzt umgesetzt werden können das wird vier teile haben und zwar diese vier möglichen stellen wo was passieren kann nämlich einmal im caller bevor der eigentliche call passiert dann im callee also der aufgerufenen funktion ganz am anfang dann am ende der aufgerufenen funktion und schlussendlich zurück im caller nachdem der aufruf geschehen ist und wir werden uns für jede dieser vier phasen anschauen was genau da eigentlich passiert und das dann auch an einem kleinen beispiel mal anschauen also bevor der caller den eigentlichen aufruf tätigt macht er in der regel drei sachen das eine ist dass die register deren werte man später noch braucht gespeichert werden so dass die aufgerufenen funktion diese register selbst verwenden kann so wie sie das möchte und wir trotzdem die werte die in den registern waren dann in der aufrufenden funktion weiterhin verwenden können wenn der funktions aufruf dann irgendwann zurückgekehrt ist das zweite ist dass der aufrufende code natürlich die werte für die argumente aufrufen muss also was auch immer ich an die aufrufende funktion übergeben möchte das muss erstmal ausgerechnet und evaluiert werden und anschließend müssen diese argumente natürlich in irgendeiner form übergeben werden und das kann entweder über den stack geschehen indem ich die an eine bestimmte stelle im stack schreibe wir werden gleich sehen wo oder dass ich diese werte einfach auch in register schreibe was natürlich die präferierte option ist weil die register natürlich nah dran sind und das deswegen schnell geht und das dritte was man machen muss bevor der funktions aufruf geschieht ist dass die return address also die adresse wo es dann in der aufrufenden funktion anschließend weitergehen soll übergebe und an eine bestimmte stelle im stack schreibe und dann um den eigentlichen aufruf auszuführen in die aufgerufene subroutine oder funktion reinspringe schauen wir uns das ganze mal wieder ein bisschen bildlich hier am beispiel an also was ich jetzt hier erstmal auf male ist der stack vor dem eigentlichen funktions aufruf und zwar haben wir da wieder diese zwei hier relevanten stack frames einmal der stack frame vom von der aufrufenden funktion also das ist der der den aufrufen macht und dann wird der nächste stack frame hier erstellt für den für die funktion die aufgerufen wird noch mal zur erinnerung wir haben diesen ein pointer der uns anzeigt wo der letzte oder der nächste freie code innerhalb des stack frames ist nämlich den stack pointer und für den aufrufenden code wäre der jetzt hier oben also das sieht so aus als ist er quasi schon im nächsten stack frame und zwar aus dem einfachen grund dass der nächste stack frame am anfang ja natürlich noch nicht existiert sondern das einfach nur die nächste freie adresse ist wo wir dinge hinschreiben könnten um die argumente zu übergeben werden die jetzt eine bestimmte stelle im stack geschrieben und zwar üblicherweise ganz ans ende des aufrufenden stack frames also wir würden sozusagen wenn es jetzt sagen wir mal zwei argumente gibt das erste hier hinschreiben und das zweite dann hier und falls es noch mehr gibt natürlich auch noch mehr die zweite sache die wir übergeben müssen ist die return address also die adresse wo es nachdem der callee aufgerufen wurde weitergehen soll und das wird üblicherweise ganz an den anfang des stack frames vom callee geschrieben und zwar einfach in der form dass die adresse da in den speicher geschrieben wird so das ist also der zustand bevor der eigentliche aufruf passiert und was wenn der stack jetzt in diesem zustand ist dann passiert ist dass wir anschließend zu der adresse springen wo der callee dann losgeht wenn wir dann in der aufgerufenen funktion drin sind beginnt die zweite phase nämlich der sogenannte prolog was jetzt hier passiert sind auch wieder drei sachen das erste ist dass die aufgerufene funktion ihren eigenen stack frame alloziiert also sozusagen festlegt wie viel speicher sie da auf jeden fall erstmal braucht und das passiert im prinzip einfach dadurch dass vom aktuellen stack pointer ein bestimmter betrag abgezogen wird weil wir gehen ja wir wachsen ja in richtung der kleineren adressen deswegen abgezogen und ich sozusagen festlege von hier bis hier wird jetzt mindestens erstmal der stack frame der aufgerufenen funktion sein das zweite was dann passiert ist dass wir den alten frame pointer also die adresse wo der stack frame des aufrufenden der aufrufenden funktion losgegangen ist dass wir diesen frame pointer speichern und und den stack den frame pointer dann auf den beginn des jetzt aktuellen stack frames setzen der grund warum wir den alten frame pointer speichern ist ganz einfach dass wir wenn wir von der funktion zurückkehren natürlich wieder für die aufrufende funktion wissen wollen wo deren stack frame eigentlich los geht und deswegen speichern wir diesen anfangen also den alten frame pointer und das dritte was dann passieren muss ist dass wir die register die der aufrufende die die aufrufende funktion vielleicht benutzt hat und die wir aber überschreiben könnten oder vielleicht auch überschreiben werden in der aktuellen funktion diese register werte müssen wir speichern so dass wir sie am ende dann wieder herstellen können bevor wir zurückkehren zum aufrufenden code schauen wir uns das ganze mal wieder an dem beispiel hier an und zwar male ich jetzt mal den stack auf nachdem dieser prolog ausgeführt wurde also nachdem sozusagen die aufrufende funktion alles gemacht hat was sie macht bevor der eigentliche code der funktion los geht also wir haben da wieder unsere zwei stack frames nämlich den des der aufrufenden funktion und dann den der aufgerufenen funktion und nur noch mal zur erinnerung also die richtung der unser stack wächst ist weiterhin nach oben allerdings sind die höheren adressen weiter unten also wir wachsen quasi in richtung kleinere adressen so jetzt hat man gesagt dass hier noch in dem frame der aufrufenden funktion die argumente liegen das hat man schon gesehen dann hat man gesehen dass hier ja die return address steht also die adresse wo dann der code der aufrufenden funktion nach dem aufruf weiter geht und nachdem wir jetzt den prolog ausgeführt haben zeigt der frame pointer nun hier auf den anfang des aktuellen frames also das ist jetzt unser neuer frame pointer und wir müssen ja wie gesagt auch den alten frame pointer also sozusagen das wo der calling frame losgeht speichern und das macht man üblicherweise dann gleich am anfang des aktuellen frames eine andere aufgabe die im produkt geschehen musste ist die registerwerte zu speichern und die kommen dann zum beispiel hierhin je nachdem wie viele das sind ja nimmt das mehr oder weniger platz weg und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr platz alloziiert aber in der regel sind wir erstmal nur hier und haben dann hier unseren und dann stack pointer der uns sagt dass hier sozusagen die erste freie adresse in dem aktuellen frame ist also wenn ich jetzt neue variablen noch irgendwo hinlegen möchte dann würde ich das eben genau da machen wo der stack pointer hin zeigt so was haben wir die ersten zwei phasen gesehen sind also an der stelle wo die aufgerufene funktion und ihren eigentlichen code beginnen kann und um erstmal zu überprüfen ob das jetzt soweit verständlich war ein bisschen was hängen geblieben ist machen wir mal ein kleines quiz und zwar geht es in dem quiz um die frage wie die aufgerufene funktion jetzt eigentlich an die argumente rankommt und zwar gehen wir hier davon aus dass der frame pointer der wert des frame pointers in einem bestimmten register gespeichert ist nämlich dem register ebp und dass adressen jeweils vier bytes lang sind und zur vereinfachung dass alle übergebenen argumente einfach 32 bit integers sind und die frage ist jetzt was ist die adresse die der callee also die aufgerufene funktion nutzen wird um das zweite argument das übergeben wurde zu erreichen also um auf das zweite argument zuzugreifen und ich würde sie bitten an der stelle das video einfach mal wieder kurz anzuhalten darüber nachzudenken dann in ilias abzustimmen und erst dann weiter zu schauen was die lösung ist gut dann schauen wir uns die lösung mal an also die richtige antwort ist dass wir dieses register ebp plus 12 bytes nehmen müssen und das ergibt dann die adresse wo der callee auf das zweite argument zugreifen kann um zu sehen warum das so ist schauen wir uns gerade noch mal den stack nach dem prolog an so wie wir ihn gesehen haben und ich kopiere einfach mal dieser seite und mal da noch ein bisschen drin rum also was ich jetzt zeigen will ist wie wir genau auf dieses ebp plus 12 kommen also wie gesagt der frame pointer den wert davon speichern wir ja ein ebp also sozusagen das was was hierhin zeigt die adresse die ich jetzt gerade umkringelt habe das ist in ebp gespeichert und was wir bekommen wollen ist dieses zweite argument was der call also die aufrufende funktion an den callee übergeben hat und da jede adresse bei uns vier byte groß ist und jedes dieser argumente auch vier byte groß ist muss ich also sozusagen von diesem frame pointer runter zu dem zweiten argument gehen runter heißt aber dass wir hier in richtung höherer adressen gehen das heißt um hier hin zu kommen müsste ich sozusagen ebp plus 4 rechnen weil das genau eine adresse weiter ist und dann um hier zu diesem argument zu kommen ebp plus 8 und schlussendlich um hier hin zu kommen wo ich hinkommen will nämlich zu dem zweiten argument müsste ich ebp plus 12 bytes rechnen und das wäre dann die adresse wo der callee das zweite argument findet so wenn der callee jetzt all seine ja all sein code ausgeführt hat kommt er irgendwann an die stelle wo die funktion dann wieder zurückkehren soll zur aufrufenden funktion und da sind auch wieder ein paar sachen zu machen und diese dritte phase ist dann der sogenannte epilogue hier passieren vier sachen und zwar folgendes das erste ist dass der return value sofern wir denn einen wert zurückgeben wollen entweder über ein register oder über eine bestimmte stelle auf dem stack zurückgegeben werden muss also der die funktion speichert den return value entweder ins register in eines der register oder an diese bestimmte stelle so dass der aufrufende code anschließend den return value da dann finden kann das zweite was wir machen müssen ist dass wir die register die wir am anfang im epilogue gespeichert haben oder deren wert wir am anfang gespeichert haben dass diese register jetzt wieder hergestellt werden müssen wir müssen also das was wir da irgendwo gespeichert haben auf dem stack jetzt wieder in die register schreiben so dass es dann für die aufrufende funktion wieder so aussieht wie es vorher aussah und die werte einfach wieder in den registern drin sind und die aufrufende funktion dann einfach weiter rechnen kann wo sie eben vor dem aufruf auch war das dritte ist dass wir unsere beiden pointer wieder entsprechend aktualisieren müssen also der frame pointer und der stack pointer müssen aktualisiert werden so dass der frame pointer wieder auf den anfang des stack frames der aufrufenden funktion zeigt und der stack pointer auf das ende dieses stack frames und wenn das dann alles passiert ist dann kann der code schlussendlich zur return address zurück springen also wieder dahin springen wo wir wo wir in dem aufrufenden code waren so dass es dann nach dem funktionsaufruf dort weiter gehen kann schauen wir uns das ganze mal wieder an unserem beispiel an also was ich jetzt hier zeigen will ist der zustand vom stack nachdem der epilogue ausgeführt wurde und ich benutze einfach mal den stack so wie er am beginn der aufgerufenen funktion aussah so als ausgangspunkt also während unsere funktion jetzt ausgeführt wird werden hier vielleicht irgendwo mal noch so ein paar lokale variablen reingeschrieben und vielleicht ruft diese funktion ja auch noch weitere funktionen auf in dem fall würden dann hier auch wieder die entsprechenden argumente übergeben und dann würde vielleicht sogar noch ein weiterer stack frame erstellt und irgendwann erreichen wir dann den punkt wo die funktion zurückkehren soll und dann ist all das nicht mehr wichtig sondern was wir jetzt machen ist vor allem die stack pointer und frame pointer und so weiter wieder in den richtigen zustand zurück zu versetzen indem wir sie eben nicht mehr hier haben sondern wieder auf die stellen setzen wie sie vor dem aufruf waren das heißt der frame pointer also der anfang des frames der aufrufenden funktion ist irgendwo hier unten und wir wissen das weil wir eben diesen alten frame pointer hier oben drin gespeichert hatten und der stack pointer den müssen wir nicht speichern sondern wir wissen dass der einfach da ist wo wir dann auch die return address haben nämlich am beginn des stack frames der aufgerufenen funktion also der neue beziehungsweise auch wieder alte stack pointer zeigt dann sozusagen hier hin und das ist jetzt der zustand des stacks nachdem der epilogue ausgeführt wurde und jetzt sind wir sozusagen in dem zustand wo der ja die ausführung tatsächlich zu dem code stück wieder zurückspringen kann wo der funktions aufruf im calling in der aufrufenden funktion stattgefunden hat so und dann sind wir damit also in der vierten phase nämlich dem was dann in der aufrufenden funktion passiert nachdem der nachdem der funktionsaufruf fertig ist und zwar machen wir hier noch zwei sachen zum einen nehmen wir diesen return value den wir jetzt von der aufgerufenen funktion bekommen haben und ja speichern ihn einfach dahin wo wir ihn brauchen also wenn der im register ist kann man vielleicht auch gleich da lassen und wenn nicht wird er zum beispiel in eine lokale variable geschrieben und und dann da einfach reingespeichert und die zweite sache ist dass es bestimmte register gibt die der aufrufende code vor dem aufruf selbst gespeichert hat und die müssen jetzt auch wieder zurückgesetzt werden auf den alten wert so dass wir dann in dem aufrufenden code so weitermachen können wie wie vor dem aufruf jetzt habe ich schon viel über diese register geredet und wird vielleicht einfach noch ein bisschen genauer erklären was es damit so auf sich hat also das hängt je nachdem es hängt von der computer architektur ab auf der das programm schlussendlich ausgeführt wird aber zum beispiel für x86 gibt es acht sogenannte general purpose registers also sind acht register die der code im prinzip für alles mögliche benutzen kann und die frage ist jetzt welche von diesen register muss man müssen denn überhaupt bei jedem funktions aufruf gespeichert und dann wieder hergestellt werden weil das kostet natürlich auch jedes mal zeit das zu machen idealerweise würde man ein register genau dann speichern wenn der caller also die aufrufende funktion dieses register nach dem aufruf auch wieder braucht weil wenn dieser wenn das register nach dem aufruf eh nicht mehr gebraucht wird dann müssen wir das natürlich auch nicht speichern und wenn der callee also die aufgerufene funktion dieses register selbst für irgendeinen anderen zweck verwenden möchte denn nur wenn das der fall ist müssen wir den wert des registers irgendwo anders hin speichern sodass das der callee das register dann selber benutzen kann in der praxis funktioniert aber eher so dass der compiler das nicht genau macht wenn diese beiden bedingungen gelten sondern das über approximiert also sozusagen macht wenn diese bedingungen vielleicht gelten und der compiler weiß das manchmal nicht genau weil zum beispiel nicht klar ist welcher branch in dem aufgerufenen code denn vielleicht genommen wird und der gedanke warum das einfach über approximiert wird ist dass es natürlich besser ist diese register einmal zu viel zu speichern als einmal zu wenig weil sonst sind die daten dann ja weg die zweite frage neben der frage welche register überhaupt gespeichert werden müssen ist wer das jetzt macht also es gibt da im prinzip zwei optionen das eine ist dass alle register vom caller gespeichert und dann auch wieder hergestellt werden also der die aufrufende funktion würde sozusagen alle acht register jedes mal speichern und und anschließend wieder herstellen die andere extreme variante wäre dass das alles der aufrufende code macht und in der praxis wie so oft gibt es im prinzip mittelweg und zwar gibt es da je nach architektur gewisse konventionen die festlegen welche register denn vom caller oder vom callee gespeichert und wieder hergestellt werden sollen also zum beispiel für x86 ist die konvention dass drei dieser acht register caller saved sind das heißt die aufrufende funktion ist dafür verantwortlich dass die werte in den registern abgespeichert werden vor dem aufruf und anschließend wieder hergestellt werden und der rest ist callee saved das heißt hier ist dann die aufrufende funktion verantwortlich das zu machen und diese konventionen sind wichtig aus dem einfachen grund dass jeder compiler der code für x86 kompiliert sich daran halten muss denn ansonsten kann es passieren dass ich vielleicht code der von verschiedenen compilern kompiliert wurde miteinander verlinke und der eine code dann denkt dass das register ja vielleicht schon abgespeichert ist der andere aber gedacht hat auch das macht der callee und schlussendlich keiner den wert in dem register gespeichert hat und der entsprechende wert dann weg wäre so jetzt haben sie gesehen was alles passieren muss um so einen funktionsaufruf tatsächlich durchzuführen und wie man ja gesehen hat sind es doch eine ganze menge sachen und die frage ist natürlich muss das dann überhaupt jedes mal passieren weil diese calling sequences schlussendlich ja doch relativ teuer sind ganz einfach weil da so viel passiert und eine optimierung die häufig angewandt wird um das eben nicht jedes mal machen zu müssen ist das sogenannte inlining was im prinzip einfach nur bedeutet dass eine kopie des aufgerufenen codes in den aufrufen den code eingefügt wird das heißt anstatt tatsächlich diese funktion aufzurufen und diese ganze calling sequence auszuführen wird dieser code sozusagen teil des aufrufen den codes weil ich den wirklich rein kopiere so dass ich eben mit den den aufwand dieser calling sequence sparen kann ein nachteil davon ist dass es natürlich die größe des des binaries also des codes erhöht weil ich ganz einfach immer diese kopien darin habe also im extremen fall könnte ich einfach jede funktion immer inline und alles rein kopieren aber das würde natürlich ein riesengroßes binary schlussendlich ergeben und was deswegen üblicherweise gemacht wird ist dass eigentlich nur sehr kleine funktionen geinlined werden ein weiterer vorteil von dem inlining ist dass es neben dem ja sparen der calling sequence auch noch andere optimierung erlaubt die normalerweise nicht gemacht würden also wenn der compiler zum beispiel bestimmte konstanten propagiert oder bestimmte arithmetische ausdrücke schon weiß wie die evaluiert werden und deswegen das schon zur compile time machen kann dann macht er das üblicherweise nicht über die grenzen von verschiedenen funktionen hinweg aber wenn ich inlining gemacht habe dann wird der code der aufgerufen wird ja plötzlich teil des codes der aufrufenden funktion und dann kann dieser gesamte code gemeinsam optimiert werden und optimierung wie constant propagation zum beispiel können dann da auch gleich mitgemacht werden in der regel entscheidet der compiler selbst welche funktionen geinlined werden basierend auf diversen heuristiken wie zum beispiel die größe des codes oder auch was für instruktionen in dem code überhaupt drin sind in manchen sprachen kann man aber auch sogenannte inlining hints übergeben also sozusagen dem compiler vorschlagen dass doch eine bestimmte funktion oder subroutine geinlined werden sollte eine sprache wo das so gemacht werden kann ist zum beispiel c wo es dann eben dieses inline keyword gibt was ich einfach vor eine funktion schreibe und damit angebe dass der compiler noch diese funktion vielleicht inline sollte und üblicherweise macht man das für so kleine funktionen wie zum beispiel diese hier wo einfach nur ein kleines bisschen code ist und vielleicht der aufwand der durch die calling sequences entsteht gar nicht jedes mal nötig ist sondern dieses stück code einfach direkt in den calling rein kopiert werden könnte also ich bekomme damit sozusagen den den vorteil von funktionen nämlich dass ich das ja aus programmierersicht schön abstrahiere und eben das was in dieser funktion passiert in einem separaten stück code habe dem stück code einen namen gebe und das dann einfach aufrufen kann aber gleichzeitig bezahle ich nicht den den overhead der durch die calling sequences entsteht in der praxis muss der compiler diese hints natürlich nicht beachten und je nach compiler werden die dann beachtet oder nicht also es gibt compiler die die im prinzip mehr oder weniger komplett ignorieren und einfach ihre eigenen heuristiken verwenden und andere benutzen diese hints dann und inline wenn man das hinschreibt so vorhin hatte ich gesagt ein grund warum es wichtig ist überhaupt zu verstehen wie dieses ganze stack layout aussieht und was die calling sequences machen ist sicherheit nämlich dass bestimmte angriffe gibt auf software die eben genau diese stack layout und eigenschaften davon ausnutzen und einer dieser angriffe ist das sogenannte stack smashing was wir uns jetzt hier einfach noch mal kurz anschauen wollen weil es einfach eine ganz nette anwendung von dem ist was wir gerade gesehen haben stack smashing ist eine bestimmte art von buffer overflow vulnerability oder schwachstelle bei der ausgenutzt wird dass an einer bestimmten stelle etwas geschrieben wird aber ohne zu schauen wie groß das was geschrieben wird denn eigentlich ist also irgendwo wird sozusagen kein bounce checking betrieben wo ich vielleicht erst schauen sollte wie groß etwas ist bevor ich es an eine bestimmte stelle schreibe und das erlaubt einem angreifer unter umständen an stellen zu schreiben wo man eigentlich nicht hinschreiben sollte also konkret gibt es da irgendwo eine lokale variable wo was reingeschrieben wird aber das was ich reinschreibe ist dann größer als das was da eigentlich reinpasst und damit überschreibe ich sozusagen andere teile dieses stacks und eine sache die man damit überschreiben kann ist die return address also sozusagen den punkt oder die stelle im code wo wir hinspringen werden wenn die aktuelle funktion zurückkehrt und das ist natürlich eine gefährliche sache weil dann kann das programm ja dazu gezwungen werden an eine andere stelle zurück zu springen als die stelle wo es eigentlich weiter gehen sollte in der in der ausführung und insbesondere kann ein angreifer damit zum beispiel zu maliziösen code springen und das programm macht dann schlussendlich etwas was es normalerweise nicht machen würde als konkretes beispiel haben wir hier mal ein stück c code was eben leider unter so einer stack smashing schwachstelle leidet und wo man dann stack smashing als angreifer tatsächlich machen könnte also was der code hier macht ist dass er ein file pointer übergeben bekommt beziehungsweise ein stream der aus einer datei liest und versucht jetzt aus diesen bestimmte daten auszulesen und zwar so lange bis wir das ende der zeile in der aktuellen datei erreicht haben so das ist die intention und das funktioniert so dass wir hier so eine lokale variable alloziieren wo 100 characters reinpassen die adresse wo dieses array von den 100 characters dann drin ist in die variable p schreiben und dann anschließend hier in dieser schleife ein zeichen nach dem nächsten aus dem stream auslesen und jeweils ans ende dieses buffers schreiben und das passiert so lange bis wir das ende der zeile erreichen unter der hier impliziten annahme dass die zeile natürlich nie länger als 100 zeichen ist aber natürlich kann ein angreifer hier vielleicht dafür sorgen dass die zeile doch länger als 100 zeichen ist und dann überschreiben wir sozusagen mehr als den speicher den wir hier oben alloziiert haben und können unter umständen auch die return address der aktuellen funktion überschreiben zur verdeutlichen wie das aussehen würde zeige ich das hier nochmal grafisch also das wird sozusagen einfach nur die der stack smashing angriff den man mit diesem code vielleicht machen könnte nochmal aufgemalt also wir haben da wieder unseren unsere zwei stack frames der stack frame der aufrufenden funktion und der stack frame der aufgerufenen funktion die aufgerufene funktion wäre eben die die man hier sieht also dieses read number from file und wie gesagt gibt es da hier die return address die da gespeichert wird also die adresse wo wir hinspringen werden wenn die read number from file funktion zurückkehrt dann sind hier so noch ein paar andere sachen die wir ja vorhin schon gesehen haben und irgendwo hier ist dann diese lokale variable buff alloziiert die eben platz für 100 characters hat so und wenn ich jetzt da was rein schreibe und aus dem grund dass die höheren adressen ja nach nach unten wachsen kann es eben passieren dass ich nicht nur hier rein schreibe wie das gedacht ist sondern dass ich über diese grenze die hier eigentlich gelten sollte hinaus schreibe und dann insbesondere alles überschreibe was hier ist und auch diese return address überschreibe so dass der code wenn er dann tatsächlich das return statement erreicht eben nicht dahin zurückspringt wohin er normalerweise zurückspringen würde sondern eben zu dieser neuen return address die der angreifer hier reingeschrieben hat also was ein angreifer hier konkret machen würde ist eine datei konstruieren die länger als 100 die mehr als 100 zeichen in der zeile hat und das so konstruieren dass dann an der richtigen stelle also irgendwo hinter dem hundertsten zeichen die return address drin ist so dass die dann hier schlussendlich überschrieben wird und das programm dann wenn es ausgeführt wird was anderes macht als es eigentlich machen soll gut und damit sind wir auch schon wieder am ende dieses ersten teils ich hoffe sie wissen jetzt ein bisschen genauer was calling sequences eigentlich sind also was passiert wenn in so einem programm eine funktion aufgerufen wird und wenn die funktion dann irgendwann zurückkehrt es ist etwas komplexer als man das vielleicht aus programmierer sicht so üblicherweise sieht weil da ruft man einfach die funktion auf und irgendwann kommt die zurück aber eigentlich passieren dann eine ganze reihe von sachen und die zu verstehen ist sehr wichtig um zum beispiel so dinge wie diese stack smashing angriffe verhindern zu können vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal da